Alles Menschenmöglichkeit festzunehmen und ich war jetzt nicht meist bei einem Chef der Autobahn-Entschuldung-Polizei-Entschuldung-Kleinholz und der hat mir erzählt, was ihm da unterkommen ist. Ist vielleicht nur ein Tropfen auf den meisten Scheinen, aber es wird natürlich etwas unternommen. Nur der Illusion kann ich Ihnen nicht nachfolgen, so zu sagen, dass man das Schlepperwesen bekämpfen wird. Denn es ist ein Geschäft und genauso wie es Waffenhandel ist, genauso wie es Drogenhandel ist. Und solange es Menschen gibt, wird es Schlepper reingehen und damit werden wir weiterleben müssen. Guten Abend. Ich möchte mich noch einmal ganz auf den Kopf beziehen und ich möchte mich an die Worte von der Frau Inge Schmette und von Herrn Dora anschließen. Ich glaube, wir müssen uns einfach mit den Menschen vertrauen machen. Es sind Menschen in der Rot-Buhl und Menschen in der Rot-Öl-Sticklassen. Das heißt letztens, dass wir sie besser als uns selber behandeln müssen. Aber ich habe auch in den letzten Wochen und Monaten die Erfahrung machen können, auch in der Unterstützung von Menschen, die gegen Asylverfalt sind, dass es zu 99 Prozent sympathisch, nette Menschen waren, die sehr dankbar waren für alles, wo er uns unterstützt hat. Es hat auch ein oder zwei Mal eine Frage gegeben, wo jemand versucht hat, etwas herauszunehmen, wo ich gesagt habe, doch, man leid es an, das entspricht nicht unserer Kultur, das machen wir bei uns anders. Und das wurde akzeptiert. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir die Menschen erklären, die wir leben. Und das können wir tun, indem wir auf sie zugehen, sie unterstützen und ihnen sowohl sagen, was man da macht, was man nicht macht oder die Verständigung leistet, weil es für die sehr vielen Menschen schon in der Natur befreundlich sind. Und ich möchte, für mich ist ganz wichtig, dass jede Meinung nicht ist. Und nur durch diese Gemeinsamkeit können wir es auch schaffen. Und zwar die einen, die schützen wollen, die auch Angst haben, die sich Sorgen machen, die sind genauso wichtig, wie die anderen, die helfen. Das ergänzt sich, das ist kein Widerspruch, bitte. Und das ist unsere Chance. Und wenn wir zusammenhalten, können wir es auch schaffen. Das ist schön und das ist mir auch. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.